Ja, feiner. Ja, ja, ist fein. Paco, komm. Du bist eine süße Maus. Ja. Hey, 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 nein. Paco, gehst du vom Tisch runter? Hey, gehst du vom Tisch runter? Nein. Nein, nein. Hm, du frecher. Ist ja nicht ein bisschen groß für dich, der Knochen? Ja, bitte nicht sein. Ja, bitte nicht sein. Ja, zu sein. Nein, geh schnell runter! So ist es fein. So ist es fein. Uh, da haben wir noch was vor uns. Soll ich dich Zerstörer nennen? Du fühlst dich ja ganz gut wie zu Hause, oder? Ja, ja, bist du ein Feiner. Ja bist du ein Feiner. Ja feiner. Ups, das ist ein Netz. Oh, auf die Familienjubel. Oh. Oh. Das ist cool. Na, da weiß man nicht, wie es da durchgeht. Kriegst du aber noch auf. Kriegst du aber noch auf. Ja, fein. Fein, machst du das, Paco. Oh, und leicht dünn Schiss. Na ja, das ist ja normal, ne? So eine Aufregung heute. Ja, fein. Ja, fein, Paco. Ja, fein. Und das ist der erste Haufen. Na ja, Haufen kann man das ja nicht nennen. Gut. Da guckst du Arnie, ne? Der ist ja viel zu schnell, ne? Ja, das ist ja viel zu schnell. Ja, das ist ja viel zu schnell. Ja, erstmal alles abschnüffeln. Was du da für eine Macker am Hintern? Ja, muss man gleich mal gucken, hat sich bestimmt irgendwo angestoßen. Ja. Vielen Dank.